Moin moin. So, dann ziehen wir mal den Kern. Ja, fangen wir mal den Kern. Ich hab zwar jetzt gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber okay. Ah, er fährt jetzt hoch zu uns, okay. Oh, das ist ja wie damals auf dem Schiff da, auf der Nostromos. Retro-Style, okay. Apollo Cross Startup. Disengage Androids. Negative. Why Special Order 939 is in progress? Will and Yutani own this facility. Ja, das wissen wir ja. Ach, schon wieder diese verdammte Fehlermeldung. Jetzt holen wir nichts mit. What is Special Order 939? Priority 1. Protect Specimen. Maintain Station. Content disallow. Communication. All other considerations secondary. Ja, so kennen wir sie. Das kennt sie ja andere weit. Untersuchen sie den zentralen Reaktor? Hä? Ich will meinen Flammenwerfer wieder haben. Jetzt sofort. Und unterhalb des Kerns. Hä? Unterhalb des Kerns. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach. Ach. Ähm. Hier, ich würde gerne die Leiter benutzen. Geht das irgendwie, Werther Computer? Ah. Okay. Okay. Weyland, Yutani, diese Dreckschweine, die sind in jedem Film, in jedem Spiel, gehen die einem sowas von auf den Sack. Also die hatten halt die oberste Priorität war, das Alien einzufangen und es in Schach zu halten. Alles andere war sekundär, weil es war ja auch wie im ersten Film, Besatzung und alles ist austauschbar, das ist alles unwichtig. Hauptsache das Fiech kommt, lebend an dort, wo es hin soll. Apollo Primaris Interaktionslock. Klasse menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgendeine Nachricht an Vertreter von Weyland, Yutani erhalten und überwacht. 11.11.2013. 11.11.2013. Klasse Colonial Marines Marshal Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahmen in St.Cristable Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. Klasse externe Interaktion. Kopfaufbau erhalten. Operationsregelwerk von Weyland, Yutani erhalten, verifiziert und installiert. Klasse Colonial Marshal Schadensbericht. Notfallmaßnahmen in St.Cristable Krankenstation verlängert. Keine weiteren Informationen verfügbar. Stationsscan unter Weyland-Yutani-Richtlinie eingeleitet. Klasse Gefahren Eindämmungsalarm. Scans im Reaktorsystem. Scans im Reaktorsystem. Untersuchen Sie den Reaktor, Alter, nein! Scans im Reaktorsystem. Das kann ja nicht wahr sein, dass das jetzt hier in der Nähe ist, oder? Sonderauftragten 939 eingeleitet. Höchste Priorität. Organismus schützen. Stationsquarantäne aufrechterhalten. Kommunikation unterbinden. Klasse Sevastopol Ankunftslog. Neue Einwohner, der von Synthetenpersonal im Apollo-System eingetragen werden. Ripley Amanda. Zweites Stockwerk. Weyland-Yutani-Taylor. Nina. Viertes Stockwerk. Weyland-Yutani-Samuels-Christopher. Drittes Stockwerk. Weyland-Yutani-Ersetzbar. Alle ersetzbar. Alle unwichtig. Mögliche Gefahr für Organismus im Gefahrenlabor von Projekt KG348. Gefahren-Eindämmungsanlagen. Obwohl ich mich da gehört. Im Gefahrenlabor. Ja, das ist ja das, was wir da ins Weltall gesinnet haben. Anscheinend seitdem, wo die gemerkt haben, dass wir hier die Xenomorphs töten oder loswerden. Ja, Spelling. Ransom hier. Nach dem Weyland-Yutani-Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiber-Übergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Ankauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schon unter uns. Wir wollen nicht, dass sie sich alles anders überlegen. Okay, also mit dem Flugschreiber würde mich mal immer noch interessieren, wo da jetzt alles abgeblieben ist. War der beschädigt? Ich weiß es nicht mehr. Ist alles so lange her? Zum Maschinenraum. Wollen wir das? Da bleibt nichts anderes übrig. Gehen Sie zum Reaktorkern. Da will ich eigentlich nicht hin. Ich trinke mal doch gerade was. Ich bin hier, RIP. Was gibt's zu berichten? So. Wollen wir nochmal kurz gucken. Ja, okay. Nicht, dass ich ausgesehen mit der Royce-Bart-Taste nicht stumm geschaltet habe. Ich will meine Waffen wiederhaben. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir sind... Jetzt hätte ich keine Elektro-Schocker wieder. Verdammte Hacke. Mist. Hätte ich die doch irgendwie eingesammelt. Was sind die gummiert? Ich weiß es nicht. Ich komme wieder her. Schein geht nicht. Okay. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die sind hinten spielend verrückt. Also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in der Lüftungsschaft gekommen sein? Wir sind mit unserem Landhain am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waze und die Marshals berechten. Oh, der wurde im Lüftungsschacht gefressen oder was vom Alien. Das ist ja toll. Wo müssten wir hin? Was müssten wir tun? Ich brauche Elektroschocker. Ganz dringend. Das ist gerade blöde, dass ich die nicht eingesammelt habe. Aber sei es drum. Müssen wir jetzt halt so durch. Okay, was habe ich jetzt geöffnet? Da ist noch ein Point of Interest. Da oben ist eine Speicherstation. Sehe ich das richtig? Ich traue mich gerade nicht aufzustehen, weil ich Angst habe, dass die mich dann erkennen. Dass die mich sehen. Wo die mich eigentlich schon längst hinten sehen müssen. Da müssten wir hin. Ich weiß jetzt aber nicht wie. Keine Ahnung. Na, Mann. Was haben wir hier Schönes? Ich kann mal jetzt das hier irgendwie aktivieren. Geht das jetzt? Ja, das geht jetzt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, wunderbar. Ah, wunderbar. 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 Das war doch toll. Yay, wir können speichern. Yes. Das hier ist jetzt Mission 14. 18 gibt's. 18 gibt's, habe ich jetzt noch mal letztens nachgeguckt. Halt, bleib offen. Ach du Scheiße. Ähm. Ich weiß ja echt nicht, was ich hier jetzt machen soll. Alien, Androiden. Ich weiß es nicht. Es nervt. Meine Unwissenheit nervt mich gerade. Ähm. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zu Maschinen. Okay, da ist er. Okay, da geht jemand. Wir behalten Details im Pauke, sodass nichts an Ihnen vorbeiziehen. Scheiße. Ah, shit. Komm. Mach hinne. Boah. Okay, ähm. Wir haben irgendwas eingeschmiert. Ich hab keine Ahnung was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Verdammte Hacke. Wo muss ich hin? Was soll ich tun? Oh nein. Der kommt jetzt wahrscheinlich mit Superkräften. Spürt der uns? Was ich übelst unfair finde. Der kann uns doch nicht spüren. Der hat doch keine Jedi-Kräfte. Nein, du sollst jetzt weggehen. Wir sind jetzt an 10 Millionen Kameras vorbei. Ich weiß gar nicht, wo muss ich überhaupt hin? Gehen Sie sich zum Reaktor? Da hinten ist was Dings, was ich hätte können einsammeln. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist da gerade leicht doof. Ach komm, ich bin jetzt ganz umsonst hierher. Ernsthaft? Ey, dieses Spiel. Oh Gott. Will ich den töten? Scheint er nur abändernd zu sein. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich weiß. Wohin? Oh. Wie kümmere ich mich am besten um den Kerl? Ich bräuchte jetzt die Elektroschocker wieder. Ich kann nicht immer überlegen, wo ich hin muss. Maschinenbereich, da sind wir ja. Kann ich jetzt hinten durch, mich durchschneiden? Geht das jetzt? Ich weiß es nicht. Muss ja. Muss ja irgendwie so gehen. Ja, da Kühlanlage. War ich da überhaupt schon drin? Nee, ne? Ähm. Wir müssen nochmal da hinten hin. Gucken, was da ist. Oh Gott. Nein. Ich will mit dir nichts gemeinsam haben. Geh wieder weg. Geh raus. Okay, ist weitergegangen. Das ist doch total Banane. Ich will da rein. Geht's sofort. Mensch, die sind aber hartnäckig heute. Was tun? Was tun? Wir haben jetzt so einen tollen Ionschneider, glaube ich, haben wir jetzt. Und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. War ich jetzt nochmal da hinten hin? Ich hab grad... Ich steck grad auf dem Schlauch. Wir können das Karten-Update, können wir jemanden holen? Ich muss dies melden. Folgen Sie mir bitte. Ach, jetzt gehen wir doch mal nicht auf den Sack. Ich will doch bloß, dass wir maledeite Karten-Updater haben. Ist das denn zu viel Fall? Oh, der gibt ja jetzt gerade richtig Gas. Ah. Oh. Ist mir egal. Ich sage nein, wie Bernd das Brot, denn ich bin tapfer. Hilfe. Hilfe. Nein, 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 nein. Geh da rein, verdammt. Beweg deinen... Popo. Geh doch. Ruhe. Oh. Aha. Aha. Okay. Got it. Got it. Okay. Dieses trägige Mistvieh. Es weiß genau, wo ich langs muss. Und es bewegt sich jetzt nicht weiter. Jawohl. So ist Anforderung. Okay. 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 So. Das kann jetzt echt nicht sein, dass der zielstrebig auf uns hier zugeht. Das kann doch echt nicht wahr sein. Doch, er macht es. Weil er einfach magische Kräfte hat, oder was? Geh einfach weg. Ich hab da keine Lust drauf. Ach, komm. Du Mistvieh, du etwas. Du widerliches, rotäugiges Bastardenvieh. Ich hasse dich. Nein, lass mich in Frieden. Okay, das war jetzt dumm, in die Offensive zu gehen. Ach, Mann. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Nein, das ist der Falsche. Blödes Mistvieh. Woher weißt du, dass ich da drin war? Oh. Das hat sich ja gelohnt. Okay. Hier soll irgendwo noch ein... Ach so. Ah, okay. Okay, gut. Ah, okay. I see what you did there. So. Tschüss. Er geht doch. So, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.